So, 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 YouTube, hallo, lo und willkommen zurück zu Captain of Industry. Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, wir hatten ja mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Einerseits hat meine Kamera gesponnen, ich hab die jetzt einfach mal auf den Fixed-Modus gesetzt und muss sie manuell dafür einstellen, damit das mit dem Spiel funktioniert. Weil Elgato und Captain of Industry sich gegenseitig irgendwie die Ressourcen madig machen und gegenseitig blockieren. Also, wer eine Elgato-Kamera hat und gleichzeitig Captain of Industry nutzen will, kann nicht den Software-Modus von Elgato nutzen. Selbst mit einem guten Rechner sind die sich spinnefeind. Dann hab ich in den Settings-Dateien, es gibt eine Do-Before-Load-JSON, die Maus-Sensitivity angepasst. Guck mal. Ah. Ah. Es hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Es dreht nicht mehr so krass wie vorher. Ich muss jetzt wirklich bewegen und die Maus rudern lassen, wenn ich schneller bewegen will. Ist vielleicht ein bisschen zu wenig, aber lieber so als vorher, wo es nur sich gedreht hat. Das heißt, wir haben die Lösung dafür gefunden. Ich hab lustigerweise eine KI dafür befragt, die mir diese Idee für... Also, ich kenn Unity nicht so gut und hab gefragt, gibt's für Unity eine Möglichkeit? Da hat sie erst programmiertechnische Sachen gesagt und am Ende hab ich sie dazu bekommen zu sagen, hey, schreib doch das in eine Settings-Datei. Dann muss ich die Settings-Datei noch finden, aber dann... Ja, dann haben wir jetzt ein Ergebnis, wo sich das hier halbwegs vernünftig fällt. Jetzt ist natürlich auch das hier, das Zoom, ein bisschen anstrengender alles. Da muss ich wirklich zoomen. Aber wir können das viel besser kontrollieren, nicht? Ich kann hier einfach drehen und drehe mich nicht dreimal umher. Sehr gut. So. Das zur Erklärung, was wir gemacht haben bis jetzt. Und in der ersten Folge haben wir unsere erste kleine Industrie geschafft. Und unsere Autos liefern hier fleißig Kohle und andere Sachen her. Und wir produzieren Platten. Okay, die stecken ineinander. Auch ein bisschen komisch. Bauen sie ja eine Farm auf fruchtbarem Grund. Oha. Dann lesen wir doch mal. Im Farm wachsen Pflanzen und die Pflanzen können an unterschiedlichen Orten genutzt werden. Sie werden aber hauptsächlich Setzlinge dafür eingesetzt, ihre Bevölkerung zu ernähren. Pflanzen wachsen allerdings nicht umsonst, denn sie verbrauchen Wasser und Fruchtbarkeit. Bodenwassergehalt. Das Wasser im Boden wird durch den Regen wieder aufgefüllt, was am meisten ausreichend für Pflanzen mit geringem Wasserverbrauch ist, wie zum Beispiel Kartoffeln. Allerdings ist Regen keine zuverlässige Wasserquelle und die Pflanzen können weniger Ertrag bringen oder auch austrocknen und absterben, wenn sie nicht genug Wasser bekommen. Eine externe Wasserquelle zu besetzen ist wichtig für eine zuverlässige Landwirtschaft. Dies erfordert das Verbessern der Farben mit einem Bewässerungssystem, freigeschaltete Durchforschung. Okay. Bewässerte Farben verbrauchen nur Wasser, wenn der Boden trocken wird, so dass extern zugeführtes Wasser nicht verloren geht. Das klingt doch schon mal gut. Gut. Abfall interessiert uns erstmal noch nicht. Wir machen erstmal hier die Farm. So. Aktuell habe ich die Maus-Sensitivität übrigens auf 0,01 gestellt. Ähm, ja. Aber scheint sehr gut zu wirken. Wo sehe ich denn, wie die Fruchtbarkeit ist? Irgendwo muss es doch Layer geben. Ebenen. Da. Grundwasser. Das ist Grundwasser. Baumernte. Geländeraster. Bergbau verkippen. Haben wir noch nicht. Aber wo ist Fruchtbarkeit? Eine Wellkarte gibt es. Interessant. Statistiken gibt es. Nachrichtenzentrum gibt es. Statistiken gibt es. Rezepte gibt es. Okay, okay. Abfall, Wasserstoff, Wasser, Abgas. Okay. Damit wollen wir uns erstmal nicht überfordern. Kartoffeln haben wir im Lager. Jetzt ist die Frage. Ist da, wo Grundwasser ist, die Fruchtbarkeit einfach hoch? Fruchtbarkeit einfach hoch? Frucht. Keine Ergebnisse. Okay, wir gehen mal auf die Hilfe. Wo war die Hilfe? Nee, ich will nicht das Ziel überspringen. Ich will hier hin. Okay, mehr zu Landwirtschaft gibt es nicht. Lastwagen, Rohre. Förderstrecken, Rohre, Förderbänder sind eine alternative Möglichkeit, Produkte durch ihre Fabrik zu transportieren. Sie reduziert die Nachfrage an ihre Lastwagen und macht Produktionslieferungen stabiler. Im Register Analyse können Sie sehen, welche Produkte Ihre Lastwagen am meisten auslasten. Okay. Sie können Förderstrecken aufteilen, zusammenführen, indem sie einfach miteinander verbinden. Wenn Sie die Kontrolle über Prioritäten und Quoten benötigen, müssen Sie Förderstrecken-Ausgleicher forschen, um Ausgleicher mit fortgeschrittene Möglichkeiten zu halten. Okay, das ist geil. Sie können den Bau der Förderstrecke ebenfalls beginnen, indem Sie die Maus gedrückt halten. Genau, so mache ich das auch die ganze Zeit. Das funktioniert sehr, sehr gut und er macht dann auch automatisch die richtige Richtung. Bei Foundry macht er ja immer die falsche Richtung, weil man die Richtung auswählen muss, obwohl das Ende und das Ziel klar ist. Es ist so ein bisschen lächerlich, okay. Die meisten Förderstrecken außer der Rinne für Schmelze können nach oben und unten geführt werden, indem die Tasten Kunde E gedrückt werden. Das ist auch Standard. Okay. Lasswagen können unter allen Förderbändern oder Rohren hindurchfahren, die in einer Höhe von 2 oder höher sitzen. Allerdings können größere Fahrzeuge wie Bagger nicht unter ihnen durchfahren. Um größere Fahrzeuge passieren zu lassen, müssen Sie Fahrzeugrampen kleinbauen. Okay. Förderstrecken übereinander bauen. Um dies zu vereinfachen, betätigen Sie die R-Taste, platzieren eine Förderstrecke, um sie am Einrasten zu hindern. Okay. Also mit R können wir das verhindern. So, Verkippung interessiert mich noch nicht, aber das mit der Fruchtbarkeit ist, hätte ich hier zumindest aufgeführt. Oder wenn ich halt baue. Etwas ist im Weg. Okay. Fruchtbarkeit ist anscheinend überall da, wo einfach gelb ist. Oder das gelb heißt nur da, wo gebaut werden kann. Auf Gras. Ich meine... Also, klar ist es anscheinend logisch, aber ich hätte trotzdem lieber, ähm... Dass zum Beispiel gesagt wird, was ist Gras? Nicht? Also, ist das Gras? Zählt das als Gras hier noch? Ist das schon kein Gras mehr? Sinkt die Fruchtbarkeit? Ist das hier Gras? Ist das Gras? Nicht? Das weiß man natürlich als neuer Spieler nicht. Ist Waldgras? Ist nämlich in vielen Spielen nicht so. Ähm... Also, man kann sich da auf jeden Fall Fragen stellen. Etwas ist im Weg. Das heißt, wir müssen aber eh erstmal... Ähm... Boah, das Kippen geht noch zu stark, nicht? Ich glaube, die Rotation ist okay, aber die Kippung nicht. Da muss ich nochmal was herausfinden. Wahrscheinlich ist es... Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, dann müssen wir erst noch, äh... Sachen abreißen. Und vielleicht... Können wir hier sagen... Höre Priorität... Ich würde es einfach nur weg haben. Okay, so. Okay, es gibt Gewitter. Ähm... Ja, wahrscheinlich wird er aber lange brauchen, bis er alle Bäume abgeholzt hat, nicht? Können wir denn sowas wie ein Lager bauen? Förderstrecken, Gebäude, Unterkünfte und Dienstleistungen? Nachrichtenzentrum. Das ist das Ding gewesen. Okay, da haben wir noch sowas wie Verkippung. Schmelze, Schornstein... Wahrscheinlich müssen wir das erst erforschen. Stromproduktion mit einem Dieselgenerator. Bau ein Forschungslabor. Okay, dann würde ich sagen, dann fangen wir da mit an. Ähm... Weiß nicht. Machen wir es erstmal hier hin. Und einen Dieselgenerator brauchen die. Ah, Mann. Also, man kennt sich am Anfang ja noch nicht aus. Hier Stromerzeugung, Dieselgenerator. Ähm... Keine Ahnung. Hier hin... Wir könnten hier ein Feld wahrscheinlich hinsetzen. Weil hier vorne will ich eigentlich keins haben. Ich hätte auch hier eins hinsetzen können vielleicht. Ist vielleicht... Wartet. Ist das vielleicht besser? Dass Sachen außerhalb des Bildschirms angezeigt werden. Wenn wir hier einfach ein Feld hin machen. Aber hier kann ja, glaube ich, sonst eh nichts weiter hin. Machen wir lieber das so. Naja, falscher Ding. Ich denke mal, Forschung ist das Ding. Nicht? Weil da halt ein... Ähm... Hütchen ist. Machen wir das vielleicht... Hier. Und jetzt Diesel. Weil hier Strom. Vielleicht brauche ich ja die Stadt auch irgendwie Strom. Keine Ahnung. So vielleicht. Zack, zack, zack. Wird beliefert und gebaut. Ich sag euch, nach so einem anstrengenden Arbeitstag immer schön, was... Zu sehen, was gebaut wird. So, wir haben eine Farm. Durchschnittsproduktion. Kein Wasser. Okay, das ist schlecht. Diesel haben wir. Neue Forschung beginnen. Elektrizität. Ich glaube, das, was Graues, haben wir schon, oder? Genau, da sind Haken dran. Grün können wir. Und bei Blau fehlt uns noch was. Okay, das heißt, wir haben hier den Techbaum. Und ich sag mal so... Da ist einiges drin, würde ich mal sagen. Was ist so das Letzte, was man kriegen kann? Schneller. Brutreaktor. Brutreaktor. Schiffswaffen. Drei. Okay. Schiffsmotor. Montage. Überhitzendampf. Dampf. CO2-Wiederverwertung. Alles klar. Wir bleiben erstmal bei unseren Anfangssachen. Wir haben Siedlungsabfall, Rohre, grundlegende Landwirtschaft, Elektrizität. Aber Konstruktion haben wir nicht. Und dann würde ich sagen, lernen wir doch einfach mal Konstruktion. Verhandelsdok und Werkzeuge. Werkzeuge muss ich erforschen. Ah, okay. Bauen Sie eine Abfallsammlung an die Siedlung. Ah, okay. So kann man das machen. Ja, würde ich auch hier hinten hinbauen. Weisen Sie eine Verkippungsgebiet aus. Erforschen Sie das Handelsdok. Erforschen Sie Konstruktion. Bauen Sie Kartoffeln an. Ah, ach, das ist der Laden. Okay, der ist an der Siedlung dran. Und wir können hier noch ein Siedlungsgebiet bauen. Dazu müsste aber dann der schöne Baum noch weg. Okay. Ich merke, ich muss die Kamera wieder manuell justieren. Ah, es ist nervig, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass es automatisch geht. Und dann geht es nicht mehr automatisch. Und ein Verkippungsgebiet, ja, das... Keine Ahnung, hier hinten. Verkippt das hier doch bitte einfach. Er holt noch fleißig Bäume raus. Wir haben eine Müllverkippung. Sehr schön. Wir sammeln ein Ziegel und Konstruktionsteile. Wir warten auf die Kartoffeln. Die brauchen noch ein bisschen wegen der fehlenden Wassersachen. Wir erforschen Konstruktion. Dann haben wir das nächste fertig. Und danach müssen wir den Handel erforschen. Ich glaube aber, so machen wir ganz gute Fortschritte. Neue Forschung. Okay. Und er sagt zuerst Handelsdok. Deswegen erforschen wir das auch. Und wir sammeln ein Kartoffeln und Konstruktionsteile. Sehr gut. Ich glaube, dass war die Kartoffelernte fertig. Kann das sein? Ich glaube ja. Bildmontage 1. Wir gucken erstmal, was ist denn hier neu dazugekommen. Erstmal die Verkippung lernen. Um Materialien auf dem Gelände zu verkippen, wähle das Verkippungswerkzeug. In der unteren Werkzeugleiste aus. Fahren Sie über das Gelände, um Ihre Ausgangsrichtung und die Höhe des Werkzeuges zu sehen. Klicken Sie mit der Maus auf dem Verkippungsgebiet zur Stellen. Es ist wichtig, dass Verkippungsgebiete auf oder unter dem Gelände starten soll, da sie sonst nicht für Lastwagen erreichbar sind. Okay. Verkippungsgebiet zeigen an, dass Gelände aussehen wird, wenn sie es abgeschlossen sind. Ah, alles klar. Die F-Taste wird das Gebietswerkzeug zwischen einem Schreiengebiet und dem Ansteigen an der Rampe platzieren. Okay, Taste R, verschiedene Dinger, EQ, Höhe. Okay, ich muss also richtig ein Gebiet bauen. Was verkippt werden kann? Es gibt viele Produkte, die verkippt werden können. Wenn Sie wissen möchten, ob ein Produkt verkippt werden kann, können Sie die Rezeptansicht mit F1 oder einem auf dem Symbol unten rechts klicken. Navigieren Sie zum Produkt und gucken, ob es verkippt werden kann. Okay. Globale Verkippungsfehler, welche Produkte, bla bla bla, alles. Bergbau-Kontrollturm besitzt die Option zu filtern, welche Produkte in seiner verwaltenden Zone verkippt werden können. Okay. Das heißt, da kann man nochmal Lokalsachen einstellen. Abfallverkippung. Die Bevölkerung erzeugt Abfall, der gesammelt werden muss, um den Gesundheitszustand in ihren Siedlungen aufrecht zu erhalten. Bauen Sie eine Abfallsammlung und fügen Sie es an der Siedlung an. Das wird automatisch Abfall lagern, der von der Bevölkerung erzeugt wird. Da stellen Sie irgendwo auf der Insel ein Verkippungsgebiet. Glaswagen holen automatisch Abfall von der Abfallsammlung ab und verkippen ihn auf dem Boden. Weitere Informationen zum Verkippen haben wir unter Verkippung. Das haben wir schon gelesen. Beachten Sie, dass die Menge an allgemeinen Abfall, die Ihre Bevölkerung erzeugt, auch davon abhängt, wie viele Versorgungsgüter Sie erhalten und ob Sie weiterverwerten. Es ist nicht möglich, den allgemeinen Abfall vollständig zu vermeiden, aber Sie werden später in der Lage sein, neue Wege zu erforschen, um mit dem Abfall umzugehen. Sehr gut. Dann haben wir noch Welterkundung offen. Mit Ihrem Schiff können Sie die Weltkarte erkunden. Sie können Vorräte für Ihre Insel, andere Siedlungen zum Handeln, Minen zum Erschließen und weiteres entdecken. Um mit der Erkundung zu beginnen, öffnen Sie die Weltkarte Tab, wählen Sie ein Ziel und klicken Sie Erkunden. Sobald das Schiff ankommt, beginnt das mit der Erkundung. Die Erkundung dauert einige Zeit, werden benachrichtigt, wenn die abgeschlossen ist. Alle Produkte, die Ihr Schiff mitbringt, werden automatisch in der Werft entladen. Stellen Sie sicher, dass die Werft genug freien Platz hat. Sie können Leerhalten auswählen, um Ihren Lastwagen dem Befehl zu geben, komplette Fracht von hier zu nehmen, sofern der Lagerraum dafür verfügbar ist. Okay. Schiffsreichweite und Kraftstoff. Das Schiff benötigt Kraftstoff zum Reisen. Okay, wichtig. Und das Erkunden eines neuen Ortes benötigt weiteren Kraftstoff. Um das Schiff mit Kraftstoff zu planen, wählen Sie die Werft aus und ziehen Sie den Schieberegler für den Kraftstoffpuffer nach rechts. Der Kraftstoff kann über Lastwagen oder Rohre geliefert werden. Uff. Fein und Seeräuber. Ach, du kriegst die Motten. Einige Gebiete können von Fein oder Piraten besetzt sein. Sie können dieses Gebiet nicht durchqueren oder erkunden, wenn Sie die Piraten nicht vorher besiegen. Wenn Ihr Schiff nicht bewaffnet ist, wird das automatisch versuchen zu entkommen. Andersfalls beginnt der Kampf. Okay. Wir sollten also nicht erforschen. Einfach starten. Schiff verbessern. Viele Komponenten des Schiffs können hinzugefügt oder verbessert werden. Verbesserungen werden in der Werft durchgeführt. Die Werft bearbeitet alle erforderlichen Komponenten vor. Unabhängig davon, ob das Schiff angedockt ist oder nicht. Sobald die Verbesserungen vorbereitet sind, werden sie automatisch angewendet, wenn das Schiff eintrifft. Okay. Also das ist ja nochmal ein krasser Aspekt. Ähm. Ja. Jetzt nochmal mit der Verkippung. Ich glaube, das müssen wir nochmal ändern. Förderstrecken. Rohrleitung. Ich klicke es einmal an. Allgemeine Maschinen. Montage. Okay. Können wir gleich machen. Aber erstmal Verkippung. Ähm. R. Eine Schräge oder so. Genau. Warte, warte, warte. Zwei. Irgendwie. Kann ich das nochmal komplett löschen? Äh. Ja, so. Okay, wir fangen nochmal neu an. Also, wir fangen bei Null an. Okay. Ist der jetzt richtig gedreht? Das ist doch richtig. Jetzt ist die Frage, wenn das Null ist, an was orientiert er sich hier? Ja. Er bleibt hier auf Null ja hängen, oder? Hm. Okay. Ich mach nochmal. Okay. Also, das ist ein bisschen nervig. So. Nochmal. Okay. Hier sehe ich es jetzt gerade besser. Ist das Gebiet nicht auf... Ach, das ist schon unterirdisch, nicht? Oh, man. Also, dass er das ständig abfällt, wenn man einen Rechtsklick macht. Okay. Das ist auf Null zwei. Deswegen haben wir das Problem. Alles klar. Okay. Jetzt macht das alles Sinn. Dann... Ops. Äh... So. Dann sollte er das erstmal verkippen, würde ich sagen. Okay Und wenn nicht, gehen wir da hinten vielleicht höher Okay, erforschen sie Das Handelssock ist gleich fertig Bildmontage Die bauen wir natürlich Und die kriegt rein Also das auch ein bisschen Vom Eingang her, da sind einfach sehr viele Symbole und sehr übereinander Das hat auch Worker & Resources Das ist einfach nur Klamauk Also man erkennt eigentlich gar nicht Was es ist, für jemanden der lange spielt Der sieht da wahrscheinlich die Ziegel Der sieht da Platten, der sieht da Irgendwelche Steine, der sieht da Holz Aber unten nicht, da sind auch Tausend Symbole übereinander Ist jetzt nicht so die geile Darstellungsweise Vor allem, weil die dann auch noch übereinander liegen Das ist wirklich so Ja UX Design Jetzt nicht das Beste Hier sieht man es halt besser, was reinkommt Platten, Holz, Steine Oder nur Platten Wir haben auch nur Platten Und dann kommen diese komischen Sachen da raus Also Platten kommen von hier Ich weiß noch nicht Brauchen wir zwei Aber wir haben ja noch gar keine Förderbänder oder so Die müssten wir erst erforschen Das heißt, die müssten dann dahin geliefert werden Keine Forschung Okay, das Handelsstock ist erforscht Dann erforschen wir aber weiter Die Wartung kommt dann zu den Ziegelprodukten Einfache Herstellung Leuchtfeuer Schiffsreparatur Ja, Copy, Paste Was haben wir hier noch? Einigkeitswerkzeug Stehlegungswerkzeug Verbessern Zündlich ein bisschen merkwürdig Dass man das erforschen muss Wartung und Wartungsdepot Ich glaube, das können wir schon anfangen Was mich wundert ist Wie der Strom da hinkommt Einfach so Da sind auch noch Ziegel drin Sehr gut Und da kann man jetzt das Rezept wählen So, jetzt holen sie die Platten von da Da rein Und dann kommt da Mechanische Teile raus Und wir sollen Konstruktionsteile Produzieren Also die hier Ah, und weil wir die Steine von woanders kriegen Okay Dann machen wir das Ah, ich glaube auch, das andere ist nicht verkehrt Hä? Achso Erst mit dem nächsten Alles klar Ah, okay Muss man auch erstmal wissen Okay, jetzt stellen sie beide das her Was sie herstellen sollen Das erhöht auch die Einigkeit Ganz langsam aktuell So, wir sind damit fertig Kriegen dafür Holz Fahrzeugteile Und Konstruktionsteile Sammeln wir ein Wir sollen das Handelsstock bauen Ja, das war ja zu erwarten Nachdem wir es erforscht haben Dass wir es dann auch bauen sollen Handelsstock Keine Ahnung Brauchen wir da Anschlüsse später Na hier passt die Küste nicht Dann da Und wir sollen ein Wartungsdepot bauen Wartet Wartung Die Wartung ist eine wichtige globale Ressource Die benötigt wird, um Fahrzeugegebäude am Laufen zu halten Ansonsten werden sie ausfahren und aufhören zu arbeiten Die Wartung eines Objekts kann und dessen Fenster eingesehen werden Im Notfall können kaputte Objekte sofort mit Hilfe von Einigkeit repariert werden Um Wartung zu erzeugen können, müssen sie ein Wartungsdepot bauen und es in den nötigen Materialien versorgen Sie können aktuelle Menge der Wartung auf der Seite des Bildschirms einsehen Sie können ebenfalls Fahrzeuge im Verbrauch einsehen Okay Ein Stückgutlager Das ist sehr geil Ein Stückgutlager gefällt mir sehr sehr gut Ähm Theoretisch Ich würde sagen Hier vielleicht Holz Ähm Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist Hier müssten ja eigentlich dann die Platten rein Minimum Ah, das ist vielleicht nicht so geil geplant gewesen Ah, das kann ich auch nicht setzen Das könnte ich setzen Kann ich das vorher schon Konfigurieren Und ein Wartungsdepot einfach Muss auch nicht an die Stadt oder so Ähm Ich würde das erstmal hier mit hinsetzen So, was soll da rein? Keine Produktion zugewiesen Eisen Und hier Holz Und hier Und hier Und hier Kohle eigentlich Kohle ist kein Stückteil Ah, ok Äh Dann kann es eigentlich gelöscht werden Sorry So, da können eingelagert werden Die Dinger, ja Und da kann eingelagert werden Diese Dinger So, und ich würde sagen Ob das alles richtig steht Werden wir in der nächsten Folge erleben Bis gleich